Wir wollen uns heute in unserem aktuellen Beitrag mal mit der Schlöhmilchzelle beschäftigen. Ein hochempfindlicher Detektor, der im Grunde den Cohera als Empfangsdetektor abgelöst hatte. Viel empfindlicher war und damit die zweite Generation von Telegrafiedetektoren einläutete. In meinem letzten Filmbeitrag hatte ich euch ja den Cohera mal näher vorgestellt. Ein sehr, sehr früher Detektor, der in der Lage war, an einer Antenne angeschlossen, bei Ankunft elektromagnetischer Wellen niederohmig zu werden und durch einen sogenannten Klopfer, den wir unter diesem Glasröhrchen ja auch hier im Bildschirm erkennen können, wieder hochohmig wurde. Und diese Unterschiede zwischen Niederohmigkeit und Hochohmigkeit waren so groß, dass man darüber Relais betätigen konnte. Vielleicht ist es nicht verkehrt, dass ich das nochmal kurz wiederhole und ein bisschen breiter erkläre. Also der Cohera ist auf der rechten Seite mit einer Langdrahtantenne verbunden und auf der linken Seite mit einem guten Erdpotenzial. Kommt über diese Langdrahtantenne eine elektromagnetische Welle hier rechts am Cohera an, so würden sich die Späne im Inneren dieses Glaskörperchens, die würden sich ausrichten und der Cohera wird niederohmig. Wenn ich mit einem Klopfer unter die Späne klopfe, dann würde ich im Grunde dieses Zusammenkleben, Fritten genannt, dieser Späne wieder aufheben und dieser Cohera wird wieder hochohmig. Das sehen wir gerade hier im Bild, wie es passiert. Und ja, wenn ich nicht klopfen würde, dann bliebe er natürlich dauerhaft niederohmig, also elektrisch leitend. Und das können wir natürlich für die Empfangstechnik nun gar nicht gebrauchen. Also das war der Cohera. Und die Idee des Herrn Wilhelm Schlömilch war die, diesen Klopfer im Grunde einzusparen und vielleicht mit Hilfe einer sogenannten elektrolytischen Diode die Empfindlichkeit eines solchen Makoni-Empfängers deutlich zu steigern. Und das ist ihm tatsächlich 1904 dann auch gelungen, denn er hat etwas entwickelt, was ihr möglicherweise überhaupt noch gar nicht gesehen oder in der Literatur gefunden habt. Denn dieses Thema ist tatsächlich kaum belegt und auch in der Literatur kaum behandelt. Und deswegen meine ich, sollten wir da mal näher drauf eingehen. Soweit also der Cohera. Und jetzt schauen wir doch mal in Ruhe, was daraus der Herr Schlömilch im Grunde gemacht hat, mit seinem Schlömilch-Detektor. Den Begriff Schlömilch-Element hatte ich ja schon mal gehört, aber ich hatte bis dato keinerlei Anwendungen mit diesem Begriff verbinden können, bis ich schließlich in einer Ausstellung auf diesen Detektorempfänger hier gestoßen bin. Dieser Detektorempfänger wird ausdrücklich beschrieben als besonderer Detektorempfänger mit einer elektrolytischen Diode. Und das ist eine Entwicklung von 1904 von Wilhelm Schlömilch, der genau diese Diode entwickelt hat, um im Grunde den Cohera zu ersetzen. Denn er ist viel, viel empfindlicher, wie wir gleich noch näher beschreiben werden. Und er verlangt vor allen Dingen nicht, dass sich in irgendeiner Form durch einen Klopfer immer wieder im Grunde die Niederummigkeit dieser Diode beenden muss. Und das ist so spannend, zumal es mit einer Geschichte noch verbunden ist. Das muss ich euch unbedingt jetzt mal ein bisschen näher erzählen. Auch dieser Nähkästchenempfänger des Lehrers Lütjemeier verfügte ja über eine Schlömilchzelle. Ich hatte euch diese Geschichte von diesem Nähkästchentelegrafieempfänger ja schon mal in einem letzten Filmbeitrag erzählt. Eine hoch spannende Geschichte, wenn ihr euch erinnert. Ja, und dieser Empfänger war hochempfindlich gegenüber einem Cohera-Empfänger. Und das war eben das, was die Schlömilchzelle ausmachte. Und wenn wir unter die Bedienungsplatte sozusagen dieses Empfängers schauen, dann finden wir gleich unten links diese Schlömilchzellen. Denn der Herr Lehrer Lütjemeier hat gleich zwei Zellen hier bei diesem Empfänger parallel geschaltet. Und wir sehen da diese beiden Filmrollen, ich hoffe, ihr könnt sie entdecken, unten links in der Ecke. Um das Prinzip der Schlömilchzelle zu verstehen, müssen wir uns mal in folgendes Experiment hineindenken. Stellen wir uns mal vor, wir hätten die hier im Bild abgebildete Versuchsanordnung. In diesem säurefesten Becher hätten wir eine verdünnte Schwefelsäure eingefüllt. Unten in der Schwefelsäure liegt ein Titandraht, der mit der rechten Bananenbuchse auf diesem Brettchen direkt verbunden ist. Der Titandraht oben an unserer Gewindestange wäre quasi mit der linken Bananenbuchse elektrisch verbunden. Wenn wir jetzt diesen dünnen Titandraht in die Schwefelsäure absenken würden und würden eine Spannung an den beiden Bananenbuchsen anlegen, dann würde ja nach dem elektrolytischen Prinzip an unserem Titandraht Gasbläschen zu entdecken sein. Ihr kennt sicher das Prinzip der Elektrolyse. Je nachdem, wo ich Plus und Minus anschließen würde, würde an dem einen Platindraht Sauerstoffgas und an dem anderen Platindraht Wasserstoffgasbläschen entstehen. Mit diesen Stufenschaltern, wie jetzt hier wunderschön im Bild zu sehen, konnte die Gleichspannungsquelle so eingestellt werden, dass an den beiden Platindrähten gerade noch keine Glasbildung stattfand, aber eben diese Zelle entsprechend elektrisch vorgespannt war. Und mit dem Herein- oder Auftreten von sogenannten elektromagnetischen Wellen über die Langdrahtantenne kam es jetzt, wenn auch zu mikroskopisch kleinen Gasbildungen, die natürlich jetzt den Durchgang dieser elektrolytischen Zelle wesentlich erhöhen, also den Innenwiderstand erheblich heraufsetzen. Ja, also jetzt wird es spannend. Schließe ich also an einer Schlö-Milchzelle eine Langdrahtantenne an, die also schon elektrisch vorgespannt ist, so würde jede elektromagnetische Welle dafür sorgen, dass an den beiden Platindrähten mikrofeine Gasbläschen entstehen würden. Klingt die elektromagnetische Welle wieder ab, würde über unsere Gleichstromquelle an der Zelle diese Gasbläschen wieder entsprechend zurückgebaut. Damit wäre ich in der Lage, Punkt und Strich einer Telegrafie-Nachricht deutlich zu unterscheiden. Uns dürfte natürlich klar sein, dass für eine Sprachübertragung und erst recht für eine Musikübertragung diese Art des Detektors natürlich nicht zu gebrauchen ist. Vielen Dank.